... den Führerschein zu machen. Aber bis dahin begleiten wir Sie. Wir eskortieren Sie, das ist sicherer. Eine Eskorte für 200 Euro. Ich bitte Sie, ich wette nie um die Art, ich hole Beträge. Danach sollten wir es uns gut gehen lassen und feiern. Wir eskortieren Sie, das ist sicherer. Jetzt reicht es aber, ich habe Ihnen immerhin dabei geholfen. Philipp, eine Eskorte. Eine Eskorte. Eine Eskorte. Eine Eskorte ist sicherer. Eine Eskorte ist sicherer. Eine Eskorte. Eine Eskorte. Eine Eskorte. Eine Eskorte. Eine Eskorte. Eine eskorte. Oh, dear, 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 oh, dear Sie kommen zurecht. Ja, es wird schon gehen. Tja, dann alles Gute. Auf Wiedersehen. So, und wie geht's jetzt weiter? Lassen Sie mich mal machen. Lassen Sie mich mal machen.